Zack, 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 so! Weglaufen. Haha! Nein, 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 nein! Haha! Ja, ich habe immer viel Schaden gemacht. Haha, komm doch runter! So, und jetzt hinter ihn laufen. Sehr schön. Und? And hinter ihn laufen. Sehr schön. Und schießen, und schießen, und scheiße! So, zack! Zack! Und hinter ihn laufen. Springen, schießen, noch mal springen, schießen. Und weglaufen. Hinter ihn laufen. Springen, schießen. Springen, schießen! Weglaufen! Hinter ihn laufen! Sprengen! Schießen! Sprengen! Schießen! Weglaufen! Hinter ihn laufen! Sprengen! Schießen! Töten! Jawohl! Ich hab keine Ahnung, wie der in Schwer ist. Da soll er, glaub ich, mehr von seinem Blalalalalem wegwerfen. Wow! So, mehr Rotwein-Kaffee. Weg muss er. Weg muss er. Oh, ist das widerlich! Oh mein Gott, ist das widerlich! Boah! Boah! Weg damit! Oh, leckig! Oh, Purple. Purple Man. Sieht ja aus wie das Purple Tentakel bei. Maniac Man sind das. Eines der besten Adventures aller Zeiten. Es tut mir leid, ich bin ein Fan der alten Adventures. Das ist besonders der alten LucasArts. Der alten LucasArts Adventures. Das war irgendwie die besten. Der hat geile Ideen und... War das gut. Muss ich mal was von... Let's play ihn vielleicht. Später. Moment, ich kriege mal einen Kaffee aus. Oh Gott, ist das widerlich! So, ich muss mich grad mal überlegen. Blades, wo gingen dann die Blades gut? Nee, Kommando Man war gegen Blade Man gut. Okay, dann muss ich gerne als letztes umbringen. Äh, Strike Man war gegen Sheep Man gut. Was war gegen Strike Man gut? Ich glaube, gegen Strike-Man waren die Blades gut. Oh Gott, ich hasse die Strike-Man-Stage. Die ist einfach nur widerlich. Oh Gott, was habe ich mir angetan mit der Reihenfolge? Hilfe! Die Strike-Man-Stage ist einfach nur geil gemacht. Ein Baseball-Stadion. Mit Baseball-Werfer! Strike-Man! Ich habe keine Ahnung von Baseball, aber... So, geh weg da unten. Ich brauche den Bolt. Ja, Bolt sind seit Mega Man 7. Ein Währungsmittelchen. Für dieses... Also für... Ah! Du Gesicht! Du Blödes! So. Ich... Oh nein, was mache ich denn hier? Ich gehe auf ihn drauf und man hier Bolt zieht. Und jetzt kommt Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was habe ich eigentlich für eine Waffe gekriegt? Blades! Oh nein, Fußball! Oh ja, das passt ja, Weltmeisterschaft! Stimmt! Ja! Ja! Nein, 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 deswegen nicht töten! Töten geht weg. So, sehr schön. Bolz, Energie. Und ein Tötenroboter, der mich töten will. So. Ja, das muss ich hochladen Während der Weltmeisterschaft Auch wenn das Let's Play ist später Also das richtige Let's Play ist später, komm Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein So Nein, ja, so Verdammt Geht mir doch auf den Senkel hier mit Euren Scheiß Ich kann doch hier nicht einfach Vorbeilaufen Nein, warum schieße ich die Scheiße auch immer an Weg da So, und Ja, die Die Lilanen Die Lilanen werfen Bälle, die richtig Abprallen und die Roten Wirfen Footballs, die Scheiße Abprallen So, das brauche ich nicht Hoho Hoho Fußbälle, die man anballern muss Damit sie hochgehen In die Luft Und riesige Aus Die man Ja, ich meine Ausmaße habe Okay, okay, okay Ja, da war Feuer durch Oh Gott Sterb Stirb Noch mehr Nein Ich muss diese Energie kriegen Danke N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n! Fußball mit Stacheln. Haah! Haah! Kann man eigentlich drauf? Sobald man an die Seite geht? Okay. Okay! 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 Yes! N-n-n-n-n-n-n-n! Okay. Jetzt kommt Keeper Nummer Scheiß! Haah! I will nicht! Nein, Fußball! N-n-n-n-n! So. Nee, nee, nee. Okay. Okay. Nein. So, drauf. So, schießen. Laufen. Okay, das klappt besser, als ich das erste Mal gespielt habe. So, drauf. Und... Oh nein! Ich bin auf den Falschen. Nein! So, wo kommt der Ball her? Wo kommt der Ball her? Ich werde mit dem Parieren. Ja. Ja. Und drauf hier. Nein. Nein. Der Ball kommt von da. Da kommt... Boah, ich hasse diesen Manny-Bost. Nein. Ich hasse diesen Miniboss So, du gehst hoch Und jetzt Boah, ich hasse diesen Miniboss Ich hasse ihn, ich hasse ihn wie die Pest Schießen ProActionFootball, neu, von Parker Nein, nein Ich hasse ihn, lass mich in Ruhe So Ich habe dich besiegt Ich habe nur noch zwei Lebenspunkte Lass mich einfach nur in Ruhe Lass mich in Ruhe Hab ich nicht gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen Das habt ihr euch jetzt selber Zuzuschreiben, meine lieben Kleinen Bastard, Viecher, Arschloss Ich hasse diesen Level Ich hasse den zweiten Miniboss Und ich hasse diese Ballmaschine Ich werde von meinen Boots Energietanks kaufen Ja So, ich werde Energietanks Kaufen Nein Geht weg hier Bälle Okay Okay Nächster Versuch No So, von wo kommt die Hand? Talk to the hand Nein So So, Ball kommt von da Und ich habe ihn getroffen Und diesmal treffe ich dich So So Und Zack, hier drauf Und Nein Ja Ja, nein So, okay Ball kommt von wo? Da, 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 da Okay, drauf springen Nein, zurück und schießen Jawohl, jawohl Diesmal sieht meine Scheußen besser aus Ball treffen, sehr gut Energie kriegen, noch besser Ja, sehr gut, und weiter Oh Gott, Bälle, viele Bälle Und das sind keine Bälle von Frauen Nein So, sehr schön Und, äh, töten Oh ja, oh ja Energie kriegen, noch besser So, sehr schön So, jawohl Es geht doch, schießen Wo kommen die her Hitt mir doch aus den Augen Oh Gott, der Kaffee will wieder raus Oh nein, und zwar von allen Löchern her Oh Gott Oh nein, oh Gott Ich muss mich beherrschen Bälle, Bälle, nein, es trifft mich Es trifft mich Boah, ist das ein ätzender Mist Scheißdreck, kack So Oh Gott, da muss ich hin Wie mache ich das? Oh Gott Oh Gott Wie komme ich da hin? Kriege ich den Rush da drauf? Hm, nein Hm, dreckiger Fack Oh nein, es ist ein Ball So, sehr schön Sehr schön So Okay Und komme ich hier Nein 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 Der Kopfball, das war ein Das war ein Dreck, war das Oh, oh Gott Nein, töten Töten Und, oh, noch mehr töten Oh Gott, ich muss So rum Und Oh nein Ich muss hier raus Sonst will ich sterben Nein, der Ball ist wieder da Oh Gott Ich kriege hier die Kräse Oh 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 Okay, wie mache ich das? Wie mache ich das? Okay Und Zack Oh nein Nein Gib mir Energie Gefällig Okay Hm Jawohl Und Oh Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Oh, jetzt reicht es mir Oh 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 Oh, man war das gut Bin ich gut Ich bin Ich bin Energie Energie Oh Gott Wer kann sich das hier angucken? Das ist die Grausamkeit So Weiter Durch Weg 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 Aus dem Weg Mach Platz Nein Nein Ballmaschine Töten Töten Oh Oh Okay Ich werde jetzt die erste Runde mit meiner Plasma-Beißer-Kanone Kämpfen Ich werde es so losen Ja, ich habe diese Gegner hier nicht drauf Mit dem Mega-Buster Oh, nee So So, schieß Schieß Oh Nein Und Oh Du Wichser Du kleiner Scheißhuren Oh So Und So Weg Oh Und Oh Oh Nein In den Rücken rein Oh Oh Nein Auf den Kopf drauf So Nein Ah Nein Er hat mir auf den Kopf geschossen Hey, ich habe mich aber gut gehalten Dafür, dass ich so wenig Energie hatte So, aber jetzt kommt die Waffe dran Die enttöten Oh mein Gott Die Blades Oh ja, ich liebe Schwerter Spiele mit Schwerter sind immer gut Okay Hier, zack, hier Du kriegst Werfen in die Fresse Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich fehle hier sogar mit der Waffe Aber es ist tot Mehr wollte ich Oh mein Gott Ich habe meine Hassstage besiegt Zeit für einen Schluck Kaffee